Mit der Sky Favoritenliste kannst du schnell auf die Sender zugreifen, die du am meisten schaust. Die Liste kannst du ganz einfach selbst anlegen. Drücke dazu auf deiner Fernbedienung die Home-Taste. Navigiere anschließend im Menü in den Bereich Mein Sky Q. Gehe dann auf Favoriten, Favoriten verwalten. Hier kannst du deine Favoritenliste anpassen. Wenn du auf Hinzufügen klickst, kannst du deine gewünschten Sender zu deinen Favoriten hinzufügen oder löschen. Sobald du die gewünschten Sender hinzugefügt hast, musst du nur noch auf Liste sortieren klicken. Wähle den gewünschten Sender aus und lege ihn auf dem Sendeplatz ab, den du magst. Wenn du die Liste nach deinem Geschmack angepasst hast, dann musst du nur noch auf Speichern klicken. Und schon ist dein Lieblingssender nur noch einen Tastendruck entfernt. Viel Spaß mit deinen Favoriten!